Hey Star Citizen Freunde, mein Name ist Doomhide und heute zeige ich euch Teil 8 der ICC Missionen in Star Citizen. In dieser Mission müssen wir mal wieder zu einem nicht identifizierten Signal fliegen, dieses identifizieren und dann haben wir es auch schon geschafft. Normalerweise erwarte ich bei den ICC Missionen immer einen Hinterhalt der Piraten, aber dieses Mal haben wir auch wieder Glück gehabt. ICC Missionen ICC Missionen Damit ist diese Mission geschafft, vielen Dank fürs Zusehen, euer Doomhide Explorer Germany.